Servus Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test die Laserballs von Argento. Im Plastik, aber gut. Ein Moskito-Nachfolger-Ersatz, wie man es auch sehen möchte. Rasant aufsteigende grüne Laserwirbel heißt es hier. NEM liegt bei 7,2 Gramm. Insgesamt sind hier 6 Stück drin und ich bin mal sehr gespannt, ob sie an die Moskitos rankommen, wie sie vom Effekt her sind, ob sie Spaß machen. Wir werden, denke ich, mal die ganze Packung hier wegzünden. Und dann, hätte ich gesagt, legen wir mal direkt los. Lassen wir uns überraschen. Auf geht's. Argento Laserballs, mal schauen, wie sie sind. Witzig. Wirklich ähnlich wie die Moskitos vom Ton her, aber nicht ganz so hell eigentlich. Weiter geht's. Oh, der war dann so hell wie die Moskitos. Geil. Die machen echt Spaß, die Dinger. Und nochmal. Sehr geiler, heller Heulton. Die machen Spaß, doch auf jeden Fall ein cooler Nachfolger für die Moskitos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.